Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Fotografie für Anfängerserie. Heute geht es um Licht. Licht verstehen. Welche Arten von Licht gibt es? Welche Tageszeiten gibt es? Und zu welcher Tageszeit kann man sehr gut fotografieren? Und was ist eigentlich Dynamikumfang? All das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Ich stehe hier gerade vor dem Bode Museum in Berlin und ich habe mir überlegt, dass es doch schön wäre, das Bode Museum mal zu verschiedenen Tageszeiten zu fotografieren. Dann kann ich dir nämlich genau zeigen, was diese verschiedenen Tageszeiten für eine Wirkung auf das Bild haben. Wir haben komplett unterschiedliches Licht und das sieht man auch auf den Fotos. Die blaue Stunde findet immer morgens statt und zwar vor der goldenen Stunde, also bevor die Sonne aufgeht und abends, nachdem die Sonne untergegangen ist. Der Himmel färbt sich immer richtig schön blau. Es ist noch nicht komplett dunkel bzw. es ist nicht mehr komplett dunkel, aber man hat eine super Situation, weil sich nämlich das Kunstlicht mit dem Umgebungslicht so mischt, dass man eine perfekte Belichtung machen kann, ohne dass irgendwas ausgebrannt ist oder die Schatten absaufen. Da gibt es ungefähr mal so fünf Minuten, wo man in der Städtefotografie den perfekten Zeitpunkt erwischt, wo man wirklich mit diesem Mischlicht eine richtig gute Belichtung am Ende hinbekommt. Man muss natürlich morgens immer relativ früh aufstehen, aber man hat dafür echt gutes Licht und außerdem sind die meisten anderen noch am Schlafen. Das heißt, man hat solche Motive hier komplett für sich alleine. Je nach Location, wo man sich gerade auf der Welt befindet und je nach Jahreszeit, kann diese blaue Stunde auch mal länger oder kürzer als eine Stunde sein. Blaue Stunde ist in dem Fall ein bisschen trügerisch, weil manchmal dauert so eine blaue Stunde auch nur zehn Minuten, manchmal bis zu zwei Stunden, je nachdem, wo du dich befindest. Im Winter ist die blaue Stunde eigentlich hier gerade in Deutschland immer ein bisschen kürzer und im Sommer dafür ein bisschen länger. Gerade für einen Shot wie hier am Bodemuseum kann ich dir nur den Tipp geben, wirklich morgens rauszugehen, nicht nur, weil da noch mehr Leute schlafen und du diese Location für dich alleine hast. Auch gerade wenn es darum geht, dass du Wasser im Vordergrund hast, wie hier die Spree, dann bekommt man hier einen viel besseren Spiegelshot hin, weil morgens fahren auch noch keine Boote. Das bedeutet, das Wasser ist meistens ein bisschen ruhiger und man bekommt dadurch eine bessere Spiegelung hin. Ich habe so die ganz persönliche Erfahrung gemacht, dass dieser Zeitpunkt, wo man Mischlicht wirklich am besten fotografieren kann, also sowohl die Lichter am Bodemuseum als auch das Umgebungslicht, dass das ungefähr immer der Zeitpunkt ist, wenn ich bei Blende 8 bin mit vier Sekunden Verschlusszeit und ISO 100. Dann ist für mich eigentlich immer so genau der richtige Zeitpunkt, wo dann tatsächlich alles passt, wo man keine ausgebrannten Stellen hat und auch keine Stellen, wo man im Schatten keine Details mehr drin hat. Und dadurch weiß ich immer so ungefähr, wann der richtige Zeitpunkt ist und kann das dann in der Bildbearbeitung mit ein bisschen Hilfe noch perfekt herausarbeiten. Die Dauer der goldenen Stunde ist genau wie die blaue Stunde nicht wirklich definiert. Das hängt immer so ein bisschen von der Jahreszeit ab. Und die Intensität des Lichtes ist ebenfalls abhängig von der Jahreszeit und genauso gut auch von dem geografischen Ort und den Wetterbedingungen zum Zeitpunkt, wo wir das Foto machen. Die besten Lichtverhältnisse hat man tatsächlich in der goldenen Stunde bei einem wolkenarmen Himmel, so wie jetzt hier in diesem Beispiel, aber genauso gut kann das auch von Vorteil sein, wenn wir Wolken am Himmel haben, weil die dann schön angeleuchtet werden und das auch einen schönen dramatischen Effekt ergibt. Aber wir gehen mal so ein bisschen durch. Ich habe jetzt hier also wirklich mal über einen längeren Zeitraum fotografiert und du siehst jetzt diesen Übergang von der blauen Stunde in die goldenen Stunde rein und jetzt sieht man auch, jetzt sind hier von hinten wieder ein paar Wolken reingekommen und gerade hier oben sieht man jetzt schon sehr gut, dass die so langsam anfangen, angestrahlt zu werden von der Sonne, die jetzt hier im Hintergrund aufgeht. Du wirst es gleich sehen. Gehen wir mal weiter. Jetzt sind wir hier schon wieder ein ganzes Stück weiter fortgeschritten und die Sonne kommt so langsam über den Horizont hinweg und leuchtet von unten diese Wolken an und dadurch entsteht jetzt ein richtig dramatischer Himmel. Jetzt sind wir wieder ein paar Minuten später. Gerade im Hintergrund hier wird es jetzt schon richtig hell. Also man sieht jetzt hier, dass die Sonne gut hervorkommt und diese ganze Szenerie wird insgesamt heller und goldener. Das Licht ist jetzt nicht mehr bläulich, sondern es wird so langsam golden, wie die goldenen Stunde das auch sagt. Gehen wir noch eins weiter nach vorne. Hier habe ich jetzt mit der Belichtung ein bisschen gespielt. Ich wollte jetzt den Himmel hier mal etwas mehr einfangen und da alle Details drin haben. Deswegen ist der Vordergrund jetzt wieder etwas dunkler und je weiter wir fortschreiten, umso dramatischer wird dieser Himmel hier. Und du siehst jetzt auch, dass die Sonne hier hinten richtig schön durchkommt und die Wolken immer intensiver angestrahlt werden. Wenn ich jetzt hier noch ein Stück weiter nach vorne gehe, dann sieht man jetzt auch, jetzt sind wir wirklich voll in der goldenen Stunde drin. Das Licht wird in der goldenen Stunde besonders weich wahrgenommen und das heißt, dass die Kanten der Schatten sehr weich sind und unscharf sind und zusätzlich überwiegen halt diese warmen Farbtöne. Grund dafür ist, dass das Sonnenlicht einen längeren Weg durch die Atmosphäre zurücklegt, bis es auf die Erde trifft. Und gerade im Herbst, wenn das Laub der Bäume, die Natur ohnehin in warme Farben taucht, dann wird der Effekt der goldenen Stunde nochmal zusätzlich verstärkt. Also gerade im Herbst kannst du wirklich extrem gut die goldene Stunde fotografieren. Vor allem auch in der Landschaftsfotografie oder auch in der Städtefotografie, wie in diesem Fall, bietet dieser Zeitraum einen weiteren sehr großen Vorteil gegenüber der Mittagszeit. Denn alle Objekte in der Landschaft werfen durch diese tiefstehende Sonne auch nochmal extrem lange Schatten, mit denen man dann auch nochmal super spielen kann. Und das ergibt in der Aufnahme dann auch nochmal eine zusätzliche Tiefenwirkung, für die man sorgen kann und mit der man auch spielen kann. Und auch wenn du Porträts fotografierst, dann kann dieses weiche, warme Licht zum Beispiel ein super Streiflicht von der Seite sein, mit dem du dann arbeiten kannst, um die Personen noch etwas mehr in den Vordergrund zu rücken. Genauso sind auch Gegenlichtaufnahmen. Das heißt, wenn du wirklich direkt in die Sonne fotografierst und im Vordergrund zum Beispiel ein Porträt hast, auch dort eignet sich dieses warme, goldene, sanfte Licht sehr, sehr gut, um eine schöne Stimmung in deinen Fotos zu erzeugen. Also ich kann dir nur empfehlen, wirklich gerade die goldene Stunde immer wieder zum Fotografieren zu nutzen. Im Gegensatz zu einer Aufnahme zur Mittagszeit ist das wirklich richtig Gold wert. Schauen wir uns das Bode Museum mal zur Mittagszeit an. Auch das kann ein schöner Effekt sein, aber das Licht ist deutlich härter und man sieht jetzt hier auch schon relativ harte Schattenkanten. Gerade wenn man hier mal so reinzoomt, dann sieht man hier relativ stark diese Schattenkanten, die man halt vorher nicht hatte. Und das ist der Vorteil der goldenen Stunde. Hier ist man wirklich mitten in der prallen Mittagssonne. Wobei man sagen muss, gerade an diesem Tag, wo wir dieses Foto aufgenommen haben, da waren auch viele Wolken am Himmel, was das Licht auch nochmal etwas diffuser gemacht hat. Wenn jetzt keine Wolke am Himmel gewesen wäre, würden diese Schattenkanten auch noch wesentlich härter sein. Und dazu kommt, dass wir hier im Herbst fotografiert haben, was natürlich auch die Bäume und die ganze Umgebung nochmal etwas goldener wirken lässt. Also an sich ist das Foto hier richtig schön. Ja, hier sieht man das Ganze nochmal etwas unbearbeiteter. Und dort sieht man auch relativ deutlich, wie harsch das Licht hier eigentlich ist. Also wenn man das unbearbeitet sieht, dann ist es noch wesentlich krasser, dieser Effekt. Jetzt möchte ich dir auch nochmal ganz kurz den Unterschied zwischen weichem und hartem Licht zeigen. Ich habe hier mal ein paar Fotos gemacht damals, wo wir im Schatten standen. Und zwar direkt in Berlin. Und ja, das sind jetzt hier einfach nur ein paar Schnappschüsse gewesen. Aber du siehst, weil das Model hier im Schatten steht, haben wir keine harten Schattenkanten im Gesicht. Das bedeutet, das Licht ist insgesamt sehr ausgewogen auf dem Gesicht und sieht dadurch sehr vorteilhaft aus. Hier haben wir jetzt mal ein Beispiel, wo die Sonne wirklich mit reingestrahlt hat. Und da sieht man schon, dass wir hier etwas härtere Schatten unter den Augen bekommen, was meistens nicht so vorteilhaft aussieht. Können wir mal gucken. Hier sieht man es noch etwas doller. Also diese Schatten hier unter den Augen, die sehen meistens relativ unvorteilhaft aus. Und deswegen versucht man immer mit möglichst weichem Licht in der Porträtfotografie zu fotografieren. Auch hier hat man diese Schattenkanten wieder drin. Deswegen haben wir das Model dann am Ende natürlich wieder in den Schatten gestellt. Und jetzt sieht man hier auch, dass man eine wesentlich bessere Lichtwirkung insgesamt hat. Man hat hier so leichtes Licht- und Schattenspiel, aber es wirkt durch dieses weiche Licht sehr diffus. Und dadurch hat man hier wirklich ein schönes Licht auf dem Gesicht. Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo man gerne im harten Licht fotografiert, wo man harte Schattenkanten nutzen möchte. Vielleicht nicht unbedingt in der Porträtfotografie, aber in der Städtefotografie macht das durchaus auch manchmal Sinn, mit harten Schatten zu spielen, gerade längliche Schatten, und die dann zu nutzen, um damit eine schöne Bildwirkung zu erzielen. Also ich möchte damit nicht sagen, dass immer nur weiches Licht gut ist und hartes Licht schlecht, sondern auch dort gibt es natürlich viele Beispiele, wo man mit hartem Licht schöne Fotos machen kann. Aber gerade hier in so einer Porträtfotografie, da ist es gut, wenn das Licht eher ausgewogen dann auf die Person fällt. Wenn wir über Licht sprechen, dann müssen wir zwangsweise auch über den sogenannten Dynamikumfang deiner Kamera sprechen. Was ist der Dynamikumfang? Ich probiere es mal ein bisschen zu erklären. In einem Foto gibt es immer eine Stelle, die am dunkelsten ist und eine Stelle, die am hellsten ist. Diesen Bereich dazwischen nennt man dann Helligkeits- oder auch Kontrastumfang. In bestimmten Situationen, wenn du jetzt in der Mittagssonne unterwegs bist, kann der Kontrastumfang bis zu 20 Blendenstufen betragen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem, was moderne Kameras leisten können, dann sind das so 14 bis 15 Blendenstufen maximal, dann siehst du schon, dass der Dynamikumfang dieser Kamera nicht ausreicht, um in der Mittagssonne komplett alles von dunkel nach hell dann richtig darzustellen. Wir werden also immer wieder Probleme damit haben, dass eine Kamera vom Dynamikumfang nicht so umfangreich ist, wie zum Beispiel das menschliche Auge. Das liegt einfach auch daran, dass das menschliche Auge sich immer dynamisch dem Kontrastumfang anpasst. Und deswegen hat das menschliche Auge gefühlt einen höheren Kontrastumfang. Denn mit dieser dynamischen Anpassung kann das menschliche Auge bis zu 50 Blendenstufen einsehen. Das Problem dabei ist nur, dass es quasi immer Stück für Stück stattfindet und nicht alles auf einmal, wie bei einem Foto. Diesen Effekt kennst du vielleicht, wenn du in praller Sonne stehst und dann in einen dunklen Raum reinkommst. Da muss sich das menschliche Auge auch erstmal kurz daran gewöhnen, dass wir jetzt eine dunklere Umgebung haben, dass wir weniger Umgebungslicht haben. Dementsprechend braucht auch das menschliche Auge mal einen kurzen Moment, bis du dann auch in der Dunkelheit wieder gut sehen kannst. Dem menschlichen Auge gegenüber steht dann der Bildsensor der Kamera. Und der kann sich nicht dynamisch anpassen, sondern der muss in dem Moment dann einfach funktionieren, in diesem Moment des Fotos. Und da ist es halt nicht möglich, sich dynamisch anzupassen. Bei einem Bildsensor spricht man dann aber auch nicht von hell oder dunkel, sondern man spricht immer von der Bandbreite. Das heißt, wie groß ist diese Bandbreite von hell nach dunkel? Das ist dann also dieser Dynamikumfang. Und diesen Dynamikumfang, den kann man nicht einfach so vergrößern. Es gibt natürlich spezielle Methoden. Und da haben wir ja auch ein Kapitel in diesem Kurs, wo es darum geht, die sogenannte Bracketing-Funktion zu benutzen. Das heißt, wir machen mehrere Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen. Und wenn ich die dann später in der Bildbearbeitung kombiniere, dann kann ich mit Hilfe von mehreren Fotos diesen Dynamikumfang erweitern. In einer Aufnahme an sich kann ich das allerdings nicht. Also da braucht man dann tatsächlich diesen Workaround drumherum. Wie gesagt, bei den modernen Kameras wird der Dynamikumfang immer größer. Allerdings ist er immer noch nicht in dem Spektrum, was er abbilden müsste, damit man wirklich das, was das menschliche Auge sieht, auch abbilden kann. Ich denke mal, da werden wir auch in naher Zukunft nicht unbedingt hinkommen. Weil, wie gesagt, das menschliche Auge diesen großen Vorteil hat, dass es sich dynamisch anpasst. Das kann ein Bildsensor, wie gesagt, nicht. Aber ich hoffe, ich konnte dir mal so ein bisschen näher bringen, was der Dynamikumfang in der Kamera bedeutet. Und natürlich, wenn man das Ganze jetzt überträgt, in welcher Lichtsituation wir fotografieren, dann spielt das schon eine sehr, sehr große Rolle. Denn wenn ich in der Mittagssonne fotografiere, wo der Kontrastumfang extrem hoch ist, werde ich niemals alle Bereiche des Bildes korrekt abbilden können. Und deswegen ist es ja auch gerade in der Landschaftsfotografie, in der Städtefotografie, so besonders schön, wenn wir bei einer Abendsonne fotografieren. Dann wird das Licht diffuser. Und insgesamt brauchen wir nicht mehr ganz so viel Dynamikumfang, um alles gut und richtig zu belichten. Und dementsprechend macht das natürlich auch neben dem schönen Licht, was sowieso vorherrscht, weil es schön weich ist, weil es schön warm ist, auch noch den großen Unterschied, dass wir eben mit dem Dynamikumfang der Kamera hier wirklich auch komplett arbeiten können, ohne dass wir mehrere Belichtungen brauchen. Das war es zum Thema Licht. Ich hoffe, ich konnte dir damit eine Menge neue Informationen bieten. Licht ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Variable in der Fotografie. Und das richtige Licht zu haben, auf das richtige Licht zu warten, das ist die Kunst dabei. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren.